Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 260. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen 200 von Frejas Blumen. So. Dann hier haben wir Wolkenspringer. Das ist in Ordnung. Das ist nur ein Angebot. Holen wir uns nicht. Hier holen wir uns erstmal die Sammelstücken. Dann können wir hier noch einen Brief einsammeln. So. Dann haben wir... Genau, den können wir losschicken. Dann, wie ihr seht, stehen hier ein paar neue Drachen rum. Das liegt vielleicht daran, weil ich zwei Gratispakete geöffnet habe und aus beiden den Drachen bekommen habe. Und zwar einmal, zeige ich euch, wartet. Einmal den Regenschneider und einmal den Donner-Trommler. Das heißt, wir haben zwei neue Drachen. Und ja. Damit lässt sich auf jeden Fall was machen. Erstmal den Donner-Trommler hochfüttern. Dann füttern wir den hoch und jetzt noch den Regenschneider. Der kann ins Training wieder zurück. Und gleich aufs nächste Level und wieder ins Training. So, dann wollen wir die füttern. Und zwar... Genau. So. Der braucht noch. Und der braucht auch noch was. Gut. Dann kriegen wir hier erstmal noch ein paar Runen. Das ist jetzt die dritte Reise gewesen. Beziehungsweise Suche. Ich schicke ihn wieder los. So. Hier. Das kostet mich ganz schön viel. Dann nehmen wir erstmal das. Davon haben wir genug. Dann können wir das Haus bauen. Davon haben wir... Eigentlich auch genug, oder? Na ja, das. Gut. Das wird nicht reichen. Bernstein kriegt man noch. Füll schwer. Müssten jetzt um die 2000 Bernstein haben, glaube ich. So. Oh, das können wir jetzt auch wieder aufwerten. Sehr nice. Wenn ich genug habe, mache ich das. Das hier muss ich noch aufwerten. Erstmal können wir das Haus immer noch nicht bauen. Aber jetzt können wir es. Ja genau, jetzt können wir es. Sehr schön. So, Fleischklops ist von der ersten Reise zurück. Ne, zweiten ist es ja. Das erste war ja die Tutorial-Reise. Das drehen wir hier im Glücksrad. Und wir bekommen Runen. Das ist doch schon mal sehr gut. Ein paar Runen. Sogar doppelt so viel, wie wir hier bezahlt haben. Ja, wie ihr seht, habe ich auch schon ganz schön Ruhenverlust jetzt gemacht. Vor allen Dingen auch durch die Suche nach dem Funkenherz. Ist schon ganz schön teuer geworden mit der Zeit so. Aber ja. So, und hier haben wir auch nichts gut. Dann füttern wir den auf... Äh, zwölf ist das jetzt. Genau. Und wir müssen die Akademie hochmachen, was mich 7600 kostet. So viel haben wir aber zur Zeit nicht. Ich würde sagen, ich trainiere die dann teilweise auch mal außerhalb vom Video. Weil, wenn ich jetzt viel online bin und ohne Zeit immer hin und her schicke, da kommt halt teilweise auch viel zusammen. Das heißt, theoretisch kann ich die halt immer relativ schnell wieder füttern und ins Training schicken und so. Hier bekommen wir erstmal noch ein paar Runen. Das ist wieder gut. Da werde ich noch welche brauchen. Da öffnen wir gleich noch das zweite. Und da haben wir das nächste Paket. Und ein gratis Paket wieder. Ein paar Runen. Und sehr schön, da haben wir wieder etwas dazu bekommen. Dann haben wir hier noch ein Paket, welches wir öffnen können. Also, beziehungsweise öffnen lassen können. Und zwei können wir öffnen. Wie ihr seht, auch schon Arena 2. Ich habe halt gestern doch noch ein bisschen drauf, wie ich es gesagt habe. Mal gucken, wenn ich Zeit habe, mache ich das heute wieder. So, dann können wir das Runen auf Level 3 machen. Und den riesenhaften Altraum auf Level 4. Und dann sollte es heute auf jeden Fall wieder sehr gut vorangehen. Vorangehen im Spießrundlauf, sage ich mal. Schauen wir doch mal, wie wir dort vorankommen. Erstmal können wir hier noch, apropos, hier, wir haben noch einen neuen Drachen. Und zwar habe ich mir ja mal so gedacht, wir können doch gleich mal zum Anfang kurz, bevor wir gestartet, oder nachdem wir gestartet haben mit dem Spiel, einfach mal die Sammlung vom exotischen Glutkessel voll machen. Und das ist auch gelungen. Also nach zwei Tagen auf diesem Account gleich schon den ersten Exklusivdrachen durch eine Sammlung. Jetzt nicht aus dem Paket wie den Todzinger, sondern durch eine Sammlung. Ist auch mal was, hat man auch nicht alle Tage. Das müssen wir auch noch entfernen. Ja, ich gucke mal morgen, wenn ich halt immer wieder viel zusammenbekomme und so, dass ich das immer schön entfernen kann. So, den schicken wir los, der kann zurück. Und der Kollege kann jetzt eigentlich erst mal Fisch suchen, würde ich sagen. Holz brauchen wir eigentlich auch, aber ja, lassen wir erst mal Fisch suchen. Einmal füttern, dann können wir nicht mehr füttern. Sammeln wir hier alles ein und dann gucken wir mal, was das nächste wird. Weil es geht ja noch weiter dann gleich mit der Sammlung. Es kommt ja eine neue dazu. So, dann hier haben wir noch mal 250 und 200. Also da haben wir auch schon ordentlich auf jeden Fall. Dann einen Drachen ins Training schicken. Dann nehme ich jetzt mal den. Genau jetzt, und der sammelt so nice, der Regenschneider. Der wird auf jeden Fall hochgefüttert. Erstmal füttern wir noch den Glutkessel. Dann bekommen wir hier noch das. Und ich würde sagen, wir haben, genau, die neue Sammlung können wir uns gleich angucken. So, wir nehmen. Der ist schon nice, aber der sammelt halt nicht allzu gut. Und du, wie sammest du? Naja gut, dann nehmen wir den Flüssern tot. So, da haben wir die neue Sammlung. Ja, jetzt kann ich es nicht gleich sammeln. Hier bekommen wir noch ein bisschen Holz. Habe ich die Sammlung nämlich auch beendet. Ich beende hier irgendwie gerade mehrere Sammlungen. Ich meine, wenn man Online-Unterricht hat, nebenbei ohnehin die ganze Zeit ein bisschen hin und her schicken, Sammlungen voll machen, muss man ja nicht draufklicken, beziehungsweise drauf gucken, meine ich, aufs Handy, weil man kennt ja die Reihenfolge, wo man wann tippen muss, eigentlich. So, wir machen mal hier weiter. Ich muss vielleicht auch noch außerhalb des Videos ein bisschen Spießrundlauf machen, weil es ist halt so, dass es wirklich, naja, ein bisschen, sag ich mal, zu wenig Zeit wäre, jetzt das in den nächsten Videos noch zu machen. Und theoretisch müssten wir jetzt alles gewinnen, weil sonst wird es sowieso schwierig. Aber das werden wir sehen. Erstmal, nee, kriegt man nicht weg, also geben wir uns Stärke. Und dann holen wir uns den jetzt, genau, sehr gut. Vier Aktionspunkte, neue Runde, beziehungsweise neue Welle. Wir gehen zuerst auf den rauchverschwindenden Qualmdrachen. Den holen wir uns mal zuerst weg, würde ich sagen. Dann, ja genau, erstmal den, dann den eilenden Tod. Ich frag mich, ob man das hört. Wir haben nämlich Esel in der Nachbarschaft, also echte Esel. So, wirklich die Tiere. Nicht irgendwelche Kinder, die irgendwelchen sinnlosen Zeugs machen, sondern wirklich Esel. Das ist, die machen komische Geräusche teilweise. Ähm, ja, wir machen es am besten so. Und er war, ach man, das ist schlimm, wenn die immer ausweichen. Huiuiui. Das ist blöd. Ich mag das gar nicht. Ja, wir holen den jetzt erstmal, geben uns hier nochmal Stärke. Und ich wollte sagen, wir geben ja da 3er-Attack auf den eilenden Tod. Genau, jetzt noch der... Ah, und jetzt geben die... Egal, der ist weg. Sehr schön, den Kampf haben wir gewonnen. So, da haben wir unser erstes Glücksrad. Und das schauen wir doch gleich mal. Wir bekommen 1200 Fisch. Naja, könnte bessere Sachen geben, aber so können wir erstmal ein bisschen füttern. Das ist ganz gut eigentlich. So, einmal hier raus. Dann haben wir hier irgendjemanden, der hier braucht noch einmal. Und dann braucht noch der... Wie heißt er? Ähm... Lass mich überlegen. Genau, der exotische Glutkessel. Wie viel kostet das? Das kostet mich 7600. Ja, so viel habe ich eh gerade nicht. Gut. Dann, auf in den nächsten Kampf. Verteidigeberg können wir ja leider noch nicht machen. Das ist ein bisschen blöd, aber es geht halt leider einfach noch nicht. Und dann müssen wir mal schauen, ob sich das... Ja, dann müssen wir halt erstmal ein paar Drachen noch auf Level 12 machen. Haben wir noch nicht genug. Muss noch. Aber das kommt noch mit der Zeit. Erstmal holen wir uns jetzt den Flüssen und Tod wieder. Wir haben wieder eine zweite Welle mit drin. Kriegt man den so weg, bitte, bitte? Aha, komm schon. Nein! Eigentlich war es sogar schon fast klar, dass das nichts wird, aber naja. Gut, wir haben 5 Aktionspunkte. Hätte ich mir eigentlich jetzt Stärke mitgeben können, wäre es schlauer gewesen. Greifen wir erstmal ihn mal so an. Genau. Damit ist der schon mal weg. Der kommt nicht dran. Sehr gut. Wäre der jetzt ausgewichen, das wäre die Hölle gewesen. Reden wir nicht drüber. Holen wir uns halt erstmal den Donner-Trommler weg. Jetzt kriegen wir ohne Schwäche. Was ist denn das? Alle weichen aus. Dann geben sie uns Schwäche. Dies da als Ananas. Was kommt als nächstes? Das ist Verwirrung, obwohl ihr eigentlich keine geben könnt. Noch mehr Schwäche. Super, freut mich. Ach man, das war so entspannt mit dieser Statue heroischer Genauigkeit. Aber egal, das kommt schon. Kommt schon. Ui, es trifft mal wieder. Sehr gut. So, der greift den an, dann greifen wir ihn an und weg ist der. Sehr, sehr gut. Nächster Kampf ist auch wieder gewonnen. So, da wird wieder gedreht und wir bekommen 800 Fisch. Ich wollte gerade schon 800.000 sagen, aber ganz so weit sind wir dann doch noch nicht. So, dann können wir uns noch das mitnehmen. Sehr schön. Einmal das Paket bitte. Genau. Und das können wir auch gleich öffnen eigentlich. So. Sechs Odinens machen. Das sind wir jetzt schon bei 72. Würde ich auch sagen, für zwei Tage ist das, beziehungsweise jetzt schon drei Tage, ist das eigentlich auch ganz gut. So, wir müssten doch aber eigentlich schon, ja eigentlich müssten wir schon verteidige Berge machen können. Ach nee, das geht erst ab. Großartiger Level 5. Ist ja nicht mehr wie früher die Regel, dass du drei Drachen auf Level 12 brauchst. Das ist nur hier die Regel. Nee, hier ist es auch nicht die Regel. Hm, na gut. Das würde aber noch ein bisschen dauern. So, dann wurde auch geschrieben, wir sollen es vielleicht lassen mit dem, deswegen können wir uns auch, also mit dem Sparen, deswegen holen wir uns jetzt auch einfach Sturmpfeil. So, nächster Drache ist da. Und da ist er. Klein. So, nein, ich bin noch nicht erweitern. Ey, wie klein die aussehen hier. Aber schon genau das gleiche aussehen, wie später. Egal. Gut, stellen wir sie hier draußen hin. Einmal da. Und weiter. Sehr schön. Dann Level 5 ins Training zurück. Und gleich auf Level 6 bitte einmal. Genau. Da kannst du jetzt Reisen machen. Da können wir dich auch gleich losschicken. Diesmal achte ich auch drauf, dass ich die gleich am Anfang mit hochziehe. Dass ich die nicht unten lasse von Level her, sondern dass ich die gleich mit hochziehe. So, wen muss ich denn noch füttern? Ich möchte ja nur noch füttern, weil Holz möchte ich jetzt nicht ausgeben für die Akademie, weil das brauche ich ja welches. Ne, ne, ne. Doch, da war einer. Hier ist einer. Genau. So, den können wir dann gleich weiter füttern. Sturmpfeil ist erst mal auf Versuche. Okay. Beziehungsweise Reisen ist es so gesagt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem nächsten Kampf rein. Und los geht's. Mal schauen. Vielleicht klappt es wieder so gut. Jetzt werden es natürlich langsam auch schwieriger. Da müssen wir uns auch dran gewöhnen. Aber das wird schon irgendwie klappen, wahrscheinlich. Wir gehen zuerst auf den rauchverschwindenden Qualmdrachen. Ist ja auch kein anderer gerade da. Aber das wird schon passen. Deswegen holen wir uns den erst mal weg. Geben ihm Schwäche. Und weg ist er. Ja, sehr schön. Und gleich in der zweiten Welle auch sehr gut. Hier sieht es auch noch gut aus. Das sollten wir auf jeden Fall noch schaffen. Und wie ich es gestern gesehen habe, äh, gesagt habe, und das können wir jetzt auch sehen, hier sind die Drachen relativ unerleveled hingegen zu uns. Finde ich sehr gut eigentlich. Die sind halt jetzt wirklich entspannt zu holen, sozusagen. So, Nummer 1 ist weg. Dann holen wir uns jetzt den flüsterten Tod, oder? Na, nee, erst mal einen katapultierenden Kumpan. Ich dachte gerade schon, der macht seine blöde Attacke da. So. Und weg ist er. Sehr schön. Dann holen wir uns jetzt den flüsterten Tod. Und, nee, das war nix. Dann einmal so. Und so, genau. Da ist er weg. Sehr schön. Nächster Kampf gewonnen. So, der wird am Glücksrad gedreht. Und wir bekommen, ah, leider nicht, aber das, wir bekommen Fisch. Das ist in Ordnung. Vor allen Dingen gar nicht mal so wenig. Auch sehr hilfreich. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, einmal Fisch mitnehmen. Und zwar zu dem Kollegen hier. Und du kannst auch noch einmal gefüttert werden. Hier kriegen wir noch mal ein bisschen Fisch. Oh ja, hier können wir auch noch mal füttern. Sehr gut. Einen Fisch noch. So, Holz haben wir aber noch nicht genug. Schade. Aber an der Stelle würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder.